Hallo Freunde, für einen weiteren Map-Fosting und ist die Alpenthal dran. Schauen wir mal rein und lässt sich auf. Rein. Hm, das ist interessant. Schauen wir mal nach. Oh, der Hof. Der ist ein Schwer. Ich weiß nicht, dass ich auf dem Weg Championships habe. Das gibt es auf dem Weg. Danke. Der ist ein Schwer. Ich kann es nicht einmal sehen. Der ist ein Schwer. Es gibt keine Schwer. Es gibt eine Schwer. Es gibt keine Schwer. Es gibt eine Schwer. Bis zum nächsten Mal. Ich habe einen Tinten. We're in the sand. Okay. Ah, I'm not sure. We're in the sand. Right here, Mr. Stout. He's out of the chest. Time match. And up. Mist. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, so geht's auch. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich foresee nicht rein. Doch, LassDoie. Ich werde mir einfach alles ausprobieren. Ja, ich weiß nicht. Ich öffne die Hand sick. Das war's für heute. Das war's ja. Und ob das. Genau, dass das alles auf jeden Fall ist. Und da ist ja hinten Let's go and fight Nu Gott, mach ich das Und da ist er Das war's für heute. oder? blablabla Ja, ja, ja. oder sie verledigt im sägewerk im säge kann keiner mit seinen finger kennen wir auch schon mamma mia luigi war version of the pizza ok nur ein restaurante mamma mia europa le pizze Wenn wir eigentlich alles auch schon. Zeitmüde kennen wir ja auch schon. Aber da können wir das Zeug ein bisschen zeigen. So will, ja. Der Sobo-Markt, der auch schön auf und zähle ich euch wieder zeigen. Na, die Tanke. Genau, das war schon. Wir sind einfach schon. Hier ist noch. Hier ist noch ein paar Worte. Jetzt müssen wir einfach mal. Und wir sind noch ein paar Worte. Jetzt ist noch ein paar Worte. Ja, wenn da willst du nicht rum, dann... Haben wir es dann. Das ist ja auch hier. Ah, ich glaube, ja. Ich würde sagen, ja, wir haben es gesehen, ich habe gesagt, ich habe testen, oh, das ist aber eine gute Idee. Es war eine Versicherung, sehr okay, aber es geht. Also, weil... Das war es schon wieder von dieser Web-Vorstellung, wenn es euch gewonnen hat, das finden fetten Damen rum, da schreibt mir in die Kommentare, die ich gefunden habe. Ich fand sie gut. Ja. Wenn Sie mir doch kein Abonnent ist, bitte abonniere mich, können wir ein Abonnent ist aktiv in die Glocke, mit Zeit, dass wir es noch verpassen. Folgen mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist in meinem Titel, den ist über den Abonnenten, den ist auch mein Zahnkanal verliegen. Sind wir lauter, ich bin sonst, statt dass wir das Video gemacht haben. Ciao, Leute. Wie der Vogel runterläuft.